Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. 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 Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt sie? Wer schickt sie? Der Angriff Steiner ist mein Befehl zu widersetzen! Der Angriff Steiner ist ungeheuerlich! Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt! Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Verräter, von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte, Gerda. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, erfen Sie sich gewaltig. Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf. Don't Sie, was Sie wollen. Don't Sie, was Sie wollen. Don't Sie, was Sierooms wegken. Okay. Vielen Dank.